Schick mal bitte gerade den Kollegen von der Umweltzentrale vor an die Messwarte. Ich habe BASF, ich habe Chemie und die Feuerwehr. Gerade die Chemie, die überall in den Prozesse läuft und die Gefährdungen, die durch die Chemikalie sich auch ergeben. Das ist auch das, was so reizvoll ist und da dafür alles vorzubereiten. 30 Grad im Werk. Dennoch müssen die gasdichten Chemikalienschutzanzüge angelegt werden, was nur im Zweierteam funktioniert. Die Wasserstelle ist identifiziert, das ist einer Pflanzverbindung im Hofbereich. Das Feuer ist aus, der Produktaustritt ist gestoppt.